... in den Stammach und dann stichtete in einem Doktor's Office, das etwas schmerziger war, als in einem Basement, wo wir knappe getötet wurden. Ich bin großartig. Du klingst eigentlich sehr ruhig. Das Dimitri-Guy hat mir ein paar Pankillern gegeben. Ich bin ein bisschen davon aus. Wenn du nie shoppest, kannst du ein paar adulten Diapers für mich holen? Bis zum nächsten Mal, Nico. Hey, Internet und YouTube. Eigentlich wollte ich... Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Jetzt habe ich einen nur angerufen und... Hallo? Ähm, und da... Der Einzige, der abgehoben hat, ist Roman und er braucht Windeln und das ist super. Und F ist für... ... Findeln. Okay. Du das! Du mich! Wo ist denn das? Doch ein wenig weiter. Ah, okay, okay. I see. I see. I see. I see exactly. Nee, ich... Nee. Jacob, shut up. I'm a busy man. I have things, very important things. Ist hier die Polizei wo? No? Oh, dann gib mir doch mal kurz... Entschuldigung. Nico Bellig, mein Name. Okay. Was ist denn? Ah, shit, zu spät. Okay, okay, gut. Alles unter Kontrolle. Alles in Ordnung. Ah, hallo. Dankeschön. Yes. Ah, 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 neun Kratzer. Okay, wann kann ich dieses Haus übernehmen? Was ist denn? Ey, du! Jacob, du machst mich fertig. Shut up, Jakey. Ich mach hier meine billigen Sachen mit dir. Du mich auch. Ein bisschen Weed hier verkaufen. Ich hab hier Big Business. Nico is in Big Business now. Dann krieg ich meinen Business-Anzug für mein Big Business. Schnupfen. Ich mach das. Ich mach das. Warum? Weil es schützt deine Juden. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich mach das. Meine Juden. Das ist ein guter. Ich bin ein Fühl. Ein Fühl. Nico ist hier. Wir werden uns gehen und das Mann zu tun. Ich denke, dass du nicht mit uns beendet hast? Das macht ihn so schwer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Babichit? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia. Or selling hash to tourists in Red Square or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Too many bodies, too much attention will be dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me. Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. But you treat me like a child. I run things my way. Dimitri Raskolov. My fucking way! Get out of my side! Or I'll fucking kill you! I'm not saying don't run things your way. I'm saying become. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my side! Get out of my side! Das könnte ich mir die ganze Zeit ansehen. Das ist besser im Film. Okay. Bring zum Sex... Zum Sex Shop! What? Ich habe nicht vor, in dieses Business mit dir einzusteigen. Also... Aber nicht mit dir. Was ist hier oben? Nico? Okay. Wollen wir ein neues Auto nehmen? Ach, verdammt. Steig ein. Ich habe die gelbe Linie, mein Freund. Ich habe das... Ich habe diesen sewen in den Blumen gefallent. Und er hat noch nicht gemmelt. Leads die zur Verfügung stehen. Ich habe das? Duißt, wie viel Geld ist im online... was erzultert? Das ist eine ganze Menge Geld. Wir brauchen mich nicht zu verhoff dat Michael gesagt. Und versuchen, nicht zu zerstören. We brauchen einen roten Bier. Das wäre sehr günstig für unsere Operation. Ich habe keine Probleme mit gespenst. Nein. Es ist Michael das. Aber ich habe diesen Problem zu zerstören. Der kann nicht die Faktik aus den Triggern. Das ist nicht meine Schuld, okay? Was ist? Hier ist mein Pfeil. Wir brauchen wirklich ein neues Auto, mein Freund. Oh, oh. Ruhe, ich brauch Pornos. Du, 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 du. Wo ist dein Boss? Was ist das? Er ist, er... Er ist in der Back? Nein, 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 er ist... Better nicht filmen. Nein, sie sind nur ein Gespräch, ich versuche. Geh aus dem Weg! Fuck. Du sehen? Sie machen ihn nicht mehr so, dass das noch mehr. Das ist eine Vintage-Busch. Wenn es nicht für das, ich würde sagen, dass das nicht wert für den Dvd-Wort. Hey, Joseph! Joseph, you think you can expand your business interest, make these Pornos and sell them? And we won't know about it, huh? We was just waiting till the books was closed at the end of the financial year. Then we was gonna cut you in. Your books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph. So, ich abdrücken? We ain't making that much cash. Ich drück ab. Ich drück... Haha. God! Aber die haben noch ein paar Beine zur Verfügung. Du, wo ist er hin? Sollten wir nicht etwas mitnehmen als Beweismittel zum Ansehen? Ich meine, sicherheitshalber. Vielleicht sollten wir unsere Knallen einstecken. Da schreit schon jemand, siehst du? Okay, wir nehmen noch immer dieses Auto. Solange es nicht raucht, ist es fahrbar, okay? Ein neues Auto. Sollte? Soll ich dich! Wir sehen einen Freund von meinem, der hat eine gute Reihe von Weaponen. Es ist auf der Grunde. Ein Backroom-Pleis. Es gibt ein paar in der Stadt. Der Herr hat einen wirklich schweren Handeln für Kontrolle. 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 Ich habe gesehen, viele, und ich bin hier. Und jetzt, du wirst sie wissen, wo du sie für dich selbst. Was ist das Problem? Okay, wann bin ich Michael quasi? Dauert es noch ein paar Parts bis ich Big Boss bin? Aha! Gut! Dann lass mich mal sehen! Das hast du so schnell erkannt? Ständig neue Waren hinzu, da solltest du später wiederkommen, dann ist es okay, 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 gut! Kaufe ein Mikro, ich will aber ein Big SMG! Aha! Aha! Warum kaufen? Okay! Ich hab die! Oh wow! Seit wann hab ich die? Seit wann hab ich die? Oh man! Oh die passt mir gut! Oh man, ich hab so viele Waffen! Ich weiß nicht wieso, aber das ist gut! Wer hat denn so blöd geparkt? Kann ich jetzt nicht einsteigen oder was? Okay, ähm, ich würde zu dir einsteigen! Oh Jesus Christus! Ich bin ein Zauberer! Wie hab ich das gemacht? Ja, ich weiß nicht, hast du hinten keine Augen? So, du und Mr. Fausten, haben Sie immer immer darüber diskutiert? Es war nicht immer so. Mikhail war ein guter Mann. Er hatte temper, aber er war fair. Jetzt hat er seinen Kopf auf den slightest. Ich weiß nie, wer er will shoot, wer will stab. Andrei, wer du in Mikhail's basement? Er war immer loyal. Er war ein guter Worker. Jetzt ist das. Das ist warum wir brauchen deine Hilfe. Remind Fausten of das. Wenn sie gut aussieht! Okay. So, jetzt. Aaaaaaaaaaaaaaaay! Und jetzt ganz langsam. Und noch kaputter. Okay. Vorsicht! Zurück zu meiner... Ich meine nicht meine Villa. Wie kommst du auf die Idee? Glaubst du, ich würde das übernehmen wollen? Euch alle betrügen und ausschalten? Nicht doch! Danke für deine Hilfe, Nico. Komm uns bald in einem Club sehen. Mikhail wird dann cool sein. Money, Money, Money. Speicher, Speicher, Speicher. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hallo, Lady. Hallo? Bleib hier, bleib hier. Wollen wir gerne gemeinsam zum Beach? Wohin läufst du mit deiner Einkaufstüte? Wo bist du hin? Oh Gott, hat sie Selbstmord begangen? Okay, was ist in diesem Busch versteckt? Ah, ihr, ihr seid im Moment. Jacob, shut up! Was macht ihr hier? Gehört ihr zu dem Haus? Was machst du hier mit der Einkaufstüte? Ha? Jetzt ist es meine Einkaufstüte. Hast du gesehen? Und dann mache ich so... Das ist mein Haus. Komm, geh weg hier! Wieso steht ihr alle... Was macht ihr hier? Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke, bis zu sehen. Macht's gut. Und irgendwann, wenn wir rausfinden, was... dieses Geheimnis bedeuten soll. Tschüss!